hallo ich wollte erst mal fragen geht's gut danke 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 wie geht es mir jetzt auch also ich bin jetzt am paulianer das ist jetzt ein problem ich sterbe für san paul und uns geht es jetzt viel viel besser als euch katrin danke frankie du errede doch ja ich wollte fragen was bei hsv spielen ist das so da kommen nur tobias jens und sein sohn und die ganze ganzen betrieb von siemens und alle mit north face jacke und alle so bier trinken alle so ernst alles und polizisten bürokraten alle so todernst ja abschieben abschieben und dann siehst du so alles riecht schon so nach david backhand parfüm nach porsche parfüm alle sind gleich angezogen north face jacke alle haben diese date wie heißen die david camp camp david kleidung camp david kleidung dann jens ja mein sohn ich hoffe du bist auch irgendwann auf dem feld und bei uns san pauli die spieler alle alle aus jeder nationalität alle bereit alle aggressiv die schönsten frauen bei denen so mein gott schatz haben wir wieder neun afrikanischen spieler auf dem feld der ist aber besonders dunkel so und bei uns ich schwöre es dir sobald ein alex oder tobias da spieler ist heftig war was besonderes man bei uns vielfalt pur stadion san pauli alles mit liebe das kürmisch drumherum ein bunker mitten in der stadt bei den ganz außen in hamburg da in der gegend wo es ist echt so entscheidende frage ich wollte nur fragen so frucht wasser also zirka frucht wasser ist das gut oder was oder ist noch was aber wechsel die mannschaft machen was für frucht was heraus mit dem man ja alle für san pauli ich habe noch nie in meinem leben hsv-fan halt finger weg ja du sagst du entschuldigung entschuldigung du fragst du bist am stadion entschuldigung könnten sie mir bitte uhrzeit sagen ja abschieben abschieben back mit dir bei ramm fast deluxe fast deluxe subscribe